Jooo, wir sind auf dem Skatepark Mannheim und Florian Faust zum Besuch. Guten Tag. Und wir spielen jetzt eine grunde Game of Bike. Genau. Ja. Okay. War ja klar. Dann nehme ich jetzt die Kamera. So, Robin. Was machen Sachen? Was machen Sachen? Fibel Hardy durch die Letzte. Wir fangen mit etwas Lockerem an. Ich mache so einen Tuff Bonk über dieses krasse Spine. Machen wir ein Packs Hard runter. Krasser Move. Ja. Mach da so einen Nollie Fibel an den Körb. So von Handy raus. Du musst, du musst deinen Finger gucken. Jetzt will ich direkt die Finger. Machen wir hier einen Switch Button Fakie. Alles klar schön. Boah. Wieso? Oh, Coaster. Einen Tag. Könnte gar nichts mehr, ey. Oh. Oh. Ähm. Ich mache da so einen Nollie Barspin aus diesem kleinen Kicker. Ja. Ja. So ein Tail Whip über die Hip. Oh. Okay. Okay. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Nollie Oppo Bar. Hier raus. Okay. Du hast ihn ja gerade nicht geschafft. Dann versuche ich jetzt mal mein Glück an dem 50-50 Hard 180. Ja. Ja. Es sah zu dick. Das war wohl nix. 180 Bar übers Rail. Aus der Bank hoch. Alter. Oh, Schwein gehabt. Genau. Ich probiere da oben Fake Emanuel Full Cap in die kleine Bank rein. Die legt sich ja den anderen auf den Maul. Redo. Also, der zählt nicht. Wenn der Robin mir noch ne Chance gibt, dann probiere ich den nochmal. Ja, ich geb ihm noch ne Chance. Okay. Nochmal. Schade. Ja. Ah. Nee. Ice 180. Oh, shit. Okay. Ist okay. Ähm. Jetzt mach ich schon mal ein bisschen was einfacher als ein Piebel. Hard to 70 to fake Emanuel. Oh, shit. Ist okay. Ähm. Jetzt mach ich schon mal ein bisschen was einfacher als ein Piebel. Hard to 70 to fake Emanuel. Ich habe den auch immer Gas dabei. Woah wauw 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 wauw. So ein Nose dreier über das, äh, hebelding, ja. Okay, zu viele Skaters. Machen wir einen Truck-to-Fake hier in der Bank. Ich mach so einen 2-Bong, 2-Feeble, 2-Hard 180. Jo. Alter. Cranker runter. Damn! Ich probier den noch mal. Den Tuchbaumkriebel. Aua. Er hat sich auf die Fresse gelegt, glaub ich. Smith, Feeble, Hardy. Smith, Feeble, Hardy. Ja, alter B.E.K. Ich mach einen Nolly Suicide aus dem kleinen Bank. Da nehm ich ein Buchstabe. Ja, war der okay? Ja. Machen wir einen Lookback über die Hips. Über die da ein bisschen. Über Lieder. Wow, aus den Paddeln geklickt. Das war das Schienenbein. Ja, jetzt sieht er schon an, alter. Du bist. Ja, die Bank hat's mir angetan. Ich probier den Nolly 180 Bar raus. Ja. Ja. Das war so geil. Das war so geil. Das klappt jetzt so. Sorry. Es steht BK, BK. Jetzt wird's knapp. Feeble, Nolly, Bar. Anderlett. Yip, Yip, BK, BK. BAYA. Geil man. Einen Versuch hat er noch. Einfach so perfekt an den Knüsen. Ahh, guck mal, siehst du. Da, da, rollen meine Eier. verloren. Good game. Spaß gemacht. Erstmal in Wasser.